Willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum Und ja, wir sind wieder bei Killer Crocs Versteck. Ist das nicht schön? Ich find's nicht, nein. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Okay. Das war gut. Ja, wo sind wir denn jetzt? Ah, hier ist Killer Croc. Schön, dass wir da nicht stehen können. Bin ich mit zufrieden. Ich muss jetzt mal auf die Karte gucken. Ihr wisst ja, ohne Karte bin ich aufgeschmissen. Warte, von da ist er mir gekommen. Okay. Okay. Altes Abwasserrohr, okay. Hm, hier sind aber viele tot. Warum sind wir jetzt schon wieder... Hä? Da wollte ich doch gar nicht hin. Von da ist es mir doch gerade gekommen, oder nicht? Ah, okay. Wo ist mir hin? Ich hab keine Ahnung. Dödel, 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 dödel. Ah, ah. Eieieieiei. Eieieiei. Nein, nein, oh, hohoho. Spring. Sehr gut. Okay. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Eieieiei, das haben wir schon geholt, ne? Da war ja das Dix drin gewesen, genau. Mhm. Aber wie gesagt, die Urte der Karte wäre nicht schlecht. So, jetzt mache ich den an. Kannst du da hoch springen, danke. Rittler-Karte. Guck mal da hin. Nein, da geht's ja schon wieder raus. Oho. Oh, ein Domband. Sehr schön. Äh, ich will nur kurz vergucken, weil uns doch alles fehlt. Ich weiß, ich gehe wieder voll den Umweg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trophäen. Und, äh, ein, äh, eine Foto und, ähm, ja, ne Rittler-Karte. Aber wir waren jetzt überall. Ich schweige jetzt überall. Außer in der Bad Höhle. Aber warum soll eine Whittler-Karte in der Bad Höhle sein? Eine. Aber na gut, das ist der letzte Ort. Mehr kann es ja nicht sein. Wie schon gesagt, ich gucke ungern im Internet nach. Ui. Oh, das war voll knapp. Das war knapp. Aber ich sag, wenn wir hier den Untergrund fertig haben, dann, äh, wird alles viel einfacher. Da bin ich mir, ist die Schere. Ähm, hier ist nix. Okay. Ach so, von hier ist es, es ist es, es ist es, es ist es, es ist es. Was haben wir denn jetzt? Von hier sind wir nicht da. Hier sind die Treppen. Das müsste ich schon haben. Waren wir da oben drin schon, ja. Ach, von da geht es in die Höhle. Ach so, okay, okay, okay. Kann man was fotografieren? Äh, kann man nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, dann geht es ja jetzt wohl in die Höhle. Ach, hallo. Hallo, hallo, hallo. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, ja, ja. Aha. Okay, eine Trophäe gefunden. Nicht schlecht versteckt. Nicht schlecht. Und wo ging es jetzt noch mal zur Höhle? Ach da. Nie schlecht. Nie schlecht. Hier ging es nicht lang. Da war die Höhle. Hier. Ach so, ich wollte gerade schon sagen. Hä? Was bin ich durch? Danke. Hier ist aber auch keine Wittler-Trophäe. Oder überhaupt irgendwas. Nein, 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 nein. Ich könnte nochmal hier runter. Da geht es wieder nach oben. Da könnte mir nochmal komplett rumgehen. Ich müsste ja eigentlich nur die Wittler-Karte finden. Mehr will ich ja eigentlich gar nicht. Nee. Äh. So, Abitman. Super. Ja. Dafür kriegst du einen Preis für den düppsten Fleder aus der Welt. Okay. Okay, okay. Von hier ist mir gekommen. Hier geht es runter zu Dings. Hier wäre das. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay. Nicht schon gehen. Okay. Wir gehen dann doch nochmal hier rein. Batman. Batman. Wow. Hör auf. Bitte. Ich kann doch einfach da reinfliegen, oder? Bin ich eigentlich zu blöd? So, hier hoch? Äh, würde es noch weiter hochgehen, oder? Äh, okay. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Nein. Nein. Äh, das war auch wieder alles. Tut, 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 tut. Stimmt. Ach, hä, der Batat, wohl schon nicht wusste, wo rausging. Hä, hä. Hä, 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 hä. Der war aber auch nichts, ne? Bitter, 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 bitter. Bitter, 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 bitter. Jetzt bin ich wieder hier. Ach, Batman. Ah, ja, 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 ich bin auf den zweiten Teil schon ein bisschen besser gespannt. Da gibt's keine Abgründe. Von da sind wir hier gekommen? Ja. Super, dann bringt mir das hier rein gar nichts. Bitte, Batman, lande. So, wieder knapp. Dann bringt das hier rein gar nichts. Jetzt mal wieder hier. Jetzt können wir wieder den ganzen Weg zurückgehen. Aber hier muss doch noch irgendwo was sein. Das kann man doch nicht angehen, oder? Irgendwas muss ich ja übersehen haben. Darum den Schacht vielleicht. Aber so wie ich mich kenne, war ich da bestimmt schon drin. Äh, sieht mal so aus, ja. Okay, okay, okay. Wo geht's hier entlang? Da geht's hoch. Ja, wir gehen mal wieder hoch. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen langweilig ist, aber... Für 100% muss man halt mal ein bisschen Opfer bringen, in Form von Zeit. Ach, hier ist auf jeden Fall das Foto. Hier ist das Foto. Das ist gut zu wissen. Ach, jetzt, wenn wir... Oh, Mann, ich hasse diese Stelle. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hoch. Aber wenn hier das Foto ist. F-f-f-f-foto. Wow, das war echt knapp. Okay, hier war mal anscheinend eine Trophäe. In Form von... Oh, ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Komm mal. Hm. Hier ist nichts. Ähm, hier geht's hoch. Wann mal, sag mal. Ne, da geh ich halt zurück. Zurück, zurück, zurück. Doch, ich musste auch. Ich habe kein... Ah, das wollte ich eigentlich... Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Ding hier. Weil ich gucken wollte, war es hier drinne? Waaah, 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 Waaah. Waaah. Ich wusste, dass hier daneben fällt. Ich wusste es. Da muss doch irgendwas Geheims drinne sein. Ich hab das Spiel ja schon einmal nicht ganz zu 100%, aber ich hab nur die Herausforderung nicht gemacht Das heißt, ich hab jedes Geheimnis wenigstens schon einmal gehabt Dazu sag ich nix Batman 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 Ich hab das Gefühl, du bist ein bisschen doof So, jetzt aber, jetzt Ich komm doch nicht rein Okay, ich geb's auf Hier muss aber ein Foto sein Ein Fofo Aber hier hoch muss ich auf jeden Fall Da drin ist doch was Okay, so kommt man da hin Ah Aha Und da war ne super ne Whittler Trophäe Ich hab mir ein bisschen mehr erhofft Ich wette die Whittler Karte ist das letzte was mir übrig bleibt Das ist ja ziemlich spät Hoch und up Nicht zu weit Nicht zu weit Nicht zu weit Nicht zu weit Aber hier ist nichts Das ist bitter Kann ich mal hier irgendein Foto machen? Kann ich die Zahnräder fotografieren? Warte, da stand doch grad Lösung teilweise geordnet, oder? Was heißt denn teilweise? Warte mal, ich muss kurz nochmal den Satz durchlesen Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar Ich hab jetzt eher gedacht, das hat was hier mit zu tun, aber Das hier? Nein Nein Was genau muss ich fotografieren? Jetzt orte ich noch nicht, wenn wir das brauchen Okay, es ist da oben Okay, 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 okay Ich geh jetzt mal dahin Also es ist da oben Okay Ihr könnt etwas hier Ihr könnt etwas, nein Na super Okay Da ich jetzt runtergefallen bin Und keine Lust hab nochmal hochzulaufen Und die Folge eh so zu Ende ist Sag ich Ich hoffe es hat euch Wenigstens etwas gefallen Und ich sage Tschüss